Warum stehst du denn für weniger Armut ein und so weiter? Das wird Linken nicht vorgeworfen. Armutsbekämpfung wird nur dann als Vogue bezeichnet, wenn es um die spezielle Armut einer marginalisierten Gruppe geht. Zum Beispiel Geflüchtete oder queere Personen. Dann gibt es manchmal den Vorwurf, das sei Vogue. Und ich glaube, es liegt daran, dass Armut potenziell halt jeden treffen kann und von allen gesellschaftlichen Gruppen im Grunde abgelehnt wird. Und deswegen findet das Thema der Anti-Vogue-Debatte kaum statt. Also selbst Rechtsextreme möchten die Armut des eigenen Volkes verhindern. Das macht sie nicht zu Linken, das ist auch kein linker Take. Aber auch Rechtsextreme sind gegen Armut. Doch, es gibt Linksnationalisten. Also die auch die Armut des eigenen Volkes verhindern wollen. Also ich glaube, den Armut... Wohl, lassen wir nachher. Also er hat ja vorhin zur Arbeiterklasse schon furchtbaren Schwachsinn erzählt. Vielleicht ist das, was er jetzt erzählt, sinnvoller. Und für ihre eigene chauvinistische Gruppe. Verletzt aber im Grundsatz die Linke gleich... Er sagt, es gibt auch linken Chauvinismus. Also wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auskennen würde, würde man das wissen. ...Premisse und kann daher keine linke Forderung sein. Aber auch die sind im Prinzip gegen Armut. Die Konsequenz daraus ist, dass Linke dürfen sich das Thema Armut nicht nehmen lassen, nur weil sie ständig von Anti-Voken mit dem Kulturkampf belästigt werden. Ja, also wir müssen schauen, dass wir das Thema Armut auf dem Schirm halten. Denn wenn wir aufhören... Ja, na gut, Nathan, was sagst du denn zum Wirtschaftskrieg gegen Russland, der die Armut in Deutschland in die Höhe getrieben hat und die Reallöhne der deutschen Bevölkerung um rund 5% hat sinken lassen, der den Stand von 2015 zurückversetzt hat, der die Mindestlohnenserhöhung massiv entwertet hat? Was sagst du zum Wirtschaftskrieg gegen Russland? Beenden, um was gegen die Armut zu tun? Und der auch die Nahrungsmittelpreise in die Höhe getrieben hat. Also im globalen Süden, da haben viele Menschen plötzlich an Hunger gelitten, weil sie sich die Mais, die Weizen, die Reispreise nicht mehr leisten konnten. Also Wirtschaftskrieg beenden oder beibehalten. Also falls er jetzt reagiert, könnte er jetzt antworten. Ich bin mal gespannt, was er hier drauf antworten wird. Und darüber zu reden, dann kann es dazu führen, dass wir als Lifestyle-Linke gesehen werden mit einer gewissen Berechtigung. Und Armutsbekämpfung ist natürlich im Kern immer Kapitalismuskritik. Was ist denn jetzt eigentlich der Kulturkampf? Das müssen wir als nächstes mal kurz klären. Was ist eigentlich dieser Kulturkampf? Im Kapulschuh, wenn du selber kein Kapital besitzt, sondern von Lohneinkommen lebst, dann bist du Arbeiter. Wenn du Kapital besitzt, dann bist du Kapitalist. Und hauptsächlich von Kapitaleinkommen lebst. Das ist das Unterscheidungsmerkmal an der Stelle. Beziehungsweise, wenn du Selbstständiger bist und in einem kleinen Betrieb, also es gibt ja auch kleine Selbstständiger, dann bist du halt Selbstständiger. Aber ja, wenn du von Lohn lebst, dann bist du Arbeiter. Der Kulturkampf ist im Prinzip eine rechtsextreme Platzhalter-Debatte. Was meine ich mit Platzhalter? Mit Platzhalter meine ich, dass beispielsweise kriminelle Ausländer rausgesagt wird, anstelle des eigentlichen Ziels der rechtsextremen POCs zu deportieren und oder umzubringen. Also die NPD hat das zum Beispiel gemacht, sie hat plötzlich auf ihre Plakate nicht mehr Ausländer rausgeschrieben, sondern kriminelle Ausländer raus. Oder es wird eine Anti-Vokeness aufgemacht, anstelle des eigentlichen Ziels queere, behinderte und feministische Menschen zu deportieren und oder umzubringen. Also man sagt sozusagen, von diesen queeren, behinderten und feministischen Menschen nehmen wir eine Gruppe, die wir jetzt Voke nennen und gegen die kämpfen wir. Und diesen Voken... Das ist ja wirklich... Also okay, es gab in der Geschichte Rechte... Also ich versuche das hier ja nicht zu Bad Faith anzuschauen. Deswegen ja, es gab in der Geschichte Rechte, die andere Menschen umbringen und deportieren wollten. Okay, ja. Aber okay, es gab auch Rechte, die behinderte Menschen umbringen wollten. Aber ja, okay, queere... Wie gesagt, diese ganze Transgeschichte ist ja sehr viel jünger. Und auch so eine Konstrukte wie Non-Binary sind viel jünger. Also da ist das mehr oder weniger ein Strommann. Also da unterstellt man den Rechten etwas, was sie nicht wollen. Und wie gesagt, es gibt ja auch kaum Rechtsextreme in diesem Land. Also man nimmt hier wirklich einige Idioten aus dem feindlichen Lager, wo auch die meisten aus dem rechten Lager sagen würden, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und tut jetzt so, als wäre das das große Problem, gegen das man kämpfen müsste. Machen wir bestimmte Zuschreibungen? Weil wir nicht mehr uns öffentlich hinstellen können und sagen können, Ausländer raus. Und weil wir uns nicht mehr öffentlich hinstellen können und sagen können, Schwule ins Lager. Das können wir nicht mehr machen. Deswegen führen wir jetzt als Rechtsextreme eine Platzhalterdebatte. Der Kreis der auszugänzenden Gruppe wird also kleiner gezogen und mit Eigenschaften versehen, die bei Konservativen und Linksliberalen auf mehr Akzeptanz stoßen. Beides ist diffus. Also sowohl Anti-Walkeners ist diffus, als auch kriminelle Ausländer raus. Kriminell kann nämlich zum Beispiel alles bedeuten, zwischen Mörder oder der simplen Eigenschaft Geflüchteter sein durch die Verletzung des Aufenthaltsrechts. Vogue ist noch ungenauer. Meistens handelt es sich um linke, antidiskriminierende... Ich hab's vorhin definiert, identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne und dann hab ich das genauer ausgeführt. Also, die Leute wollen einem nicht zu. Ich hab's Neitern auch erklärt in unserem Talk. Er hört einem nicht zu. Also, er will weiter gegen den Strommand... Warum geh ich darauf überhaupt ein? Also, ihr merkt, ich wiederhole mich die ganze Zeit, weil Neitern der Gegenseite nicht zuhören will. Er will seine Ideologie durchprügeln und das geht halt nicht, wenn man keine Gegenargumente, auch die Definition des Gegners hat. Man will dem Gegner schließlich unterstellen, er hätte keine genaue Definition und alles sei diffus, was es nicht ist, de facto. Gesellschaftspolitik, zum Beispiel gendern. Warum gerade gendern? Also, die Frage hab ich mir auch gestellt. Warum gerade gendern? Warum ist gendern so ein großes Thema in der Platzhalterdebatte? Weil die Wokisten es pushen. Könntest du dieses Thema abräumen, dann wär's kein Thema mehr. Ganz einfach. Weil gendern ein, äh... ein offenes Diskursfeld ist. Das heißt, es gibt auch von Linken eigentlich so gut wie niemanden, ich kenne jedenfalls niemanden, der sagt, gendern sollte genau so und so funktionieren. Also, das ist das richtige gendern und das sollte jeder so machen. Sondern alle möglichen Leute gendern auf unterschiedliche Art und Weise, vertreten unterschiedliche Ansätze des Genderns. Und, ähm... Das ist ein Diskurs unter Linken, der offen ist. Und es gibt auch Probleme mit Gendern, die auch von Linken angesprochen werden. Beispielsweise, was ist denn zum Beispiel mit blinden Menschen, mit der Blindenschrift und so weiter? Es gibt ganz viele Probleme, die geklärt werden müssen. Das heißt, ein offenes Diskursfeld. Jetzt gehen Rechte hin und Rechtsextreme hin und tun so, als würden die Linken eine bestimmte Form des Genderns fordern und auch sagen, jeder muss es machen. Während Linke in Wahrheit sagen, du genderst cool, du genderst nicht, okay, dann gender eben nicht. Also, mach es oder lass es, aber bitte kritisiere nicht die Leute, die es machen. Das ist ja die eigene... Wie dumm. Für wie dumm Heldneitern sich eigentlich. Wir versuchen, Walk-Ideologen, uns eine absurde Kunstsprache aufzudrücken. Und ja, die versuchen, das in Behörden, in Universitäten zu machen und so nach und nach in die Gesellschaft zu tragen. Die versuchen, das an den Institutionen zum Gesetz zu machen und es dann zur allgemeinen Rechtschreibung zu machen. Das versuchen sie doch. Und jetzt, wo noch 80 Prozent der Bevölkerung dagegen sind und sie sich noch nicht durchgesetzt haben, das sagen sie, ja, das sei doch alles freiwillig. Also, den Trick, den haben wir ja alle durchschaut. Also, wir sind doch nicht dumm. Und ihr könnt... Also, die Walkisten, wenn denen das angeblich nicht so wichtig ist, könnten die das ja auch einfach beenden. Hört auf zu gendern und niemand stört sich mehr daran. Punkt aus, Debatte gelöst, fertig. Das wäre so einfach. Schweinehirn schreibt es gerade im Chat, neitern, hätte uns versehrt. Ja, natürlich. So ist das immer, wenn du dir was von diesen Leuten anguckst. Das ist bei Dekadent und Dara genauso. Ich wollte gerade mit Schoyoka anfangen, aber über die darf man ja nicht sagen, ohne dass man Angst haben muss, verklagt zu werden. Also bin ich da mal ganz leise. Irgendliche linke Position. Aber es wird so getan, als wären die Linken jetzt in diesem eigentlich offenen Diskursfeld, weil es da keine eindeutigen Argumente für eine eindeutige Vorgehensweise gibt, wird so getan, als würden die Linken das aber tun, um gegen sie vorzugehen. Dieser kleinere Kreis wird dann als Instrument genutzt, um Stimmung gegen die gesamte Gruppe zu machen und Hass zu schüren. Also wir reden hier immer über Rechtsextreme und was sie tun, wie sie zündeln. Das heißt, sie nehmen diese kleinere Gruppe, wo sie sagen, das sind diese Voken, das sind dann sowohl direkt Betroffene als auch deren Allies, die rausgepickt werden und die dann als Vogue bezeichnet werden und versuchen dann mit diesen Eigenschaften, die man ihnen zuschreibt, Stimmung gegen alle zu machen. Man nutzt Extrembeispiele, um die Linken zu spalten oder zu delegitimieren. Also beispielsweise die Segregation in Schulen in den USA, die vollkommen bescheuert ist oder diese Dreadlock-Sängerin, die von Fridays for Future ausgeladen worden ist oder dass der Christopher Street Day einen Waffensponsor hatte. Solche Extrembeispiele, die auch übrigens innerhalb der Linken stark kritisiert werden. Ja, wenn Erwin das kritisiert, dann wird er doch von euch gecancelt und es wird gesagt, ah, du verbreitest Verschwörungstheorien. Oder war das irgendwie anders? Vielleicht verwechse ich da auf was. Und einen starken Backlash gehabt haben, werden genommen und es wird so getan, als wären alle Linken so lost und würden sagen, ja, ein Waffensponsor bei CSD ist ja vollkommen cool. Während selbst Jan Böhrmann, der ja so das Feindbild der Anti-Woken ist, einen Song dagegen gemacht hat. Nein, hier löschen sich Mods nicht gegenseitig. Das war ich. Also bitte als Mods, löscht euch nicht gegenseitig. Seid einfach, versucht einfach, vor allem wenn ihr Mods seid. Kritisiert inhaltlich, was ihr seht, aber bleibt bitte ruhig im Chat. Also ich will hier keine Eskalation. Und der Chat war auch bisweilen sehr ruhig. Also da habe ich heute eigentlich nicht viel zu meckern. Die Kommerzialisierung des CSD und so weiter. Also man versucht, Extrembeispiele sich rauszusuchen und damit zu suggerieren, dass alle Linken diese extreme Vorderungen... Nein. Also Leute wie Erwin kritisieren das und ihr versucht sie dann zu canceln und als Verschwörungstheoretiker und sonst was zu diffamieren. Also mir versucht die Leute, die das delegitimieren. So rum. Und das Ganze, also ich habe ja die Human Rights Campaign angesprochen, dieser ganze Walkismus, dieser ganze Kulturkampf wird vom Großkapital gepusht. Und wenn man das kritisiert, dann sagt ihr Walkisten nicht, toll, das Großkapital mögen ihr auch nicht. Dann sagt ihr, das ist eine Verschwörungstheorie, du kannst doch nicht die armen Finanzkapitalisten zitieren. Wenn du Walken sagst, wir sollen die Walken aufhalten, dann meinst du eigentlich, eigentlich die Juden. Das denke ich mir gerade nicht aus, das hat Dara so gesagt. Also das ist wirklich original von Dara. Also diese antideutsche Ideologie, die aus Deutschland, also die in Deutschland ja mal eine Zeit lang ziemlich groß war, die hat sich jetzt nahtlos mit diesem Walkismus verbunden. Also dieser Vorwurf, wenn du das Finanzkapital kritisierst, dann bist du eigentlich Antisemit. Der ist auch bei den Walken total im Walken. Das ist, ja Gregor auch, Gregor auch, völlig geistesgestört. Also diese Leute, die sind nicht satisfaktionsfähig, mit denen kannst du nicht vernünftig diskutieren. Also alleine das ist hier schon die übelste Diffamierungstaktik und das weiß, also das wissen die auch. Also die sind ja nicht blöd, die wissen, dass an diesem Vorwurf nichts dran ist, die wissen da aber, dass man damit politische Gegner sehr, sehr gut diskreditieren kann und entsprechend nutzen sie das. ...aufstellen und deswegen halt nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Ich benutze übrigens die Worte Walken und Link jetzt hier in diesem Vortrag austauschbar, weil es das Gleiche meint. Also Walken und Links benutze ich vollkommen ... Nein, das meint auch nicht das Gleiche. Wir sind auch links und wir verachten euch. Austauschbar. Dann baut man noch Strohmänner, wie ich eben schon sagte, man tut so, als würden Linke einen Genderzwang fordern, also man tut so, als würden Linke Kinder früh sexualisieren wollen oder man tut so, als würde ... Ja, das passiert ja auch. Also googelt mal den Namen Helmut Kendler. Also das ist nicht nur Frühsexualisierung, das ist noch ein bisschen weitergehend oder der Grünen Partei. Ist auch ... Also bevor dieses Wort Walken überhaupt aufkam, hat das in diesen Kreisen schon ... Ja, ist das in diesen Kreisen schon vorgekommen. Also das sind jetzt die Extrembeispiele. Das sind jetzt die Extrembeispiele. Diese Frühsexualisierung von Kindern mit Büchern wie Jujan ist eine mehrjährige Frau, die ist ja auch gut dokumentiert. Das ist ja auch nichts, was sich die Rechten ausdenken würden. ...würden marginalisierte besser gestellt werden als der Rest der Gesellschaft. Ja, genau das fordert ihr. Eine Migrantenquote, eine Schwarzenquote. Es gibt, wie gesagt, die kritische Rassentheorie, die fordert, dass die schwarze Rasse Rassenbewusstsein entwickeln sollte, rassischen Interessen vertreten solle. Also, wie wollt ihr das nennen? Jetzt mal ... Ja, Kaliban hat da gerade einen guten Vorschlag im Chat. Ähm, ja, wie wollt ihr das nennen? Ich würde sagen, das ist Rassismus, aber ihr verkauft es als Antidiskriminierung. Männer fordert niemand, gibt es nicht, aber auch das wird dann initiiert, von Rechtsextremen aufgegriffen, von linksliberalen und konservativen. Ja, also wurde sich die Migrantenquote, die es im öffentlichen Dienst, ich glaube in Hannover gab, wurde sich die von Rechtsextremen ausgedacht oder wurde die von der Stadt tatsächlich eingeführt? ...onservativen suggeriert, dass Linke genau das möchten, um in so einer Art, also man möchte damit erreichen, zu suggerieren, dass linke Forderungen im Kern absurd sind. Hm. Nach Belieben ist dann die Antidiskriminierung von Woken Mainstream oder eine Minderheitenmeinung, die den Normalen auf den Nerv geht. Also 80% der Menschen lehnen das Gendern ab. In allen mir bekannten Umfragen lehnen die Menschen zusätzliche Wirtschaftsmigration ab. Trotzdem sind das Dinge, die immer wieder gesetzt wurden von den hier herrschenden Institutionen, weil ein Kleid Woker Mainstream, der vor allem unter den Eliten stark ist, weil der das pusht. Je nachdem, wie man es gerade braucht, sind die Wolken entweder Mainstream... Ja, Mainstream heißt die politisch Tonangebende Gruppe. Mainstream heißt nicht, die Mehrheit der Bevölkerung ist dieser Meinung. Also es gibt viele, die komplett an der Bevölkerung vorbeiregiert wird. Also Steuersenkungen für Reiche sind beispielsweise auch Mainstream. Die Verscherbelung unserer gesetzlichen Rente an Finanzkonzerne, beispielsweise durch die Aktienrente, ist Mainstream. Erhöhung des Renteneintrittsalters ist eine Mainstream-Forderung, haben ja die Altparteien immer weiter umgesetzt. All das wird von der Mehrheit der Bevölkerung verlehnt, aber es passiert trotzdem, weil eine kleine neoliberale Elite das will. Also das ist doch jetzt kein... Also das ist doch jetzt nicht schwer zu verstehen, dass die Eliten häufig eine andere Meinung haben als das Volk. Übrigens von allen wissenschaftlichen Studien belegt. Also westlichen Demokratien, da hat die Meinung der oberen 10 Prozent, die Meinung des obersten Prozents wesentlich mehr durchzusetzen als die Meinung der Mehrheit. Und in manchen Ländern, wie beispielsweise den USA, ist es besonders schlimm. Da hat die Meinung der unteren 50 Prozent so gut wie gar kein... Oder der unteren 90 Prozent so gut wie gar keinen Einfluss auf das, was politisch geschieht. Und in manchen Ländern ist es etwas besser, aber auch in Deutschland sieht es sehr gruselig aus. Da hätte ich letztes Jahr ein Video zugemacht. Aber laut Leuten wie Dara ist das ja eine böse, böse Verschwörungstheorie, wenn man hier den verdammten Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung zitiert. Oder Studien, die dafür angefertigt wurden. Also das ist ja das Niveau auf dem Reworkisten dann argumentieren, wenn man sich darauf anspricht. Wenn man jetzt gerade braucht in seiner Argumentationsfigur. Oder wenn man es an einer anderen Stelle dann wieder verwendet, dann sagt man, es ist eine kleine Minderheitenmeinung, die den Normalen in dieser Gesellschaft auf den Sack geht. Also wie man möchte. Man ist austauschbar. Mainstream-Minderheitenmeinung komplett austauschbar. Innerhalb der Platzhalterdebatte ändern dann Nazis noch Stück für Stück die Bedeutung von Sprache. Zum Beispiel sollen negative Wörter entstigmatisiert werden, indem man beispielsweise Re-Migration sagt statt Deportation. Oder positive Worte sollen halt stigmatisiert werden, indem man zum Beispiel Vogue sagt anstatt von Wings. Nein. Die Strategie der Rechtsextreme... Niemand sagt Woke statt Links. Wokeismus ist etwas Neues. Wokeismus ist etwas anderes. Der Platzhalterdebatte ist, die Gesellschaft für das eigentliche Ziel bereit machen. Also wir erinnern uns, Rechtsextreme wollen eigentlich, dass queere, behinderte und feministische Menschen und POCs in Lager gesteckt werden, deportiert werden oder umgebracht werden. Diese Forderung können sie nicht mehr aufstellen. Deswegen machen sie diese Platzhalterdebatte, die sie in der Gesellschaft implementieren, um, also in der Hoffnung, dass die Gesellschaft durch das Führen der Platzhalterdebatte, durch das Aufgreifen der rechtsextremen Narrative bereit wird. Ich habe es schon dreimal erklärt. Wenn 80 Prozent der Bevölkerung sowas wie Gendern ablehnt, dann eine kleine organisierte Minderheit, das aggressiv versucht durchzudrücken, in den Institutionen zum Common Sense zu machen, dann wird da halt viel drüber diskutiert. Wie gesagt, der Großteil der Bevölkerung das ablehnt und auch viele Politiker damit gut Stimmung gegen diese Walken machen können beziehungsweise sich selbst profilieren können als Anti-Walk-Kämpfer bei einem Thema, was ja eigentlich nicht so relevant ist. Und ja, das ließe sich, wie gesagt, sehr leicht beenden mit die Walkisten einfach aufhören, das zu pushen. Aber jetzt denkt sich Nathan aus, 80 Prozent der Bevölkerung lehnen das ab. Wieso wird da so viel drüber geredet, wenn wir das so aggressiv versuchen durchzusetzen? Genau, weil das von Rechtsextremisten gepusht wird, weil Rechtsextremisten ja die großen Medien in Deutschland unter ihrer Kontrolle haben und solche Themen setzen können. In welchem Deutschland lebt dieser Mann? Wirklich? 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 Wirklich?